Ich will doch nicht mehr, dass die Folge aufgenommen wird. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Heute mit der Kim und der Nagis und natürlich mit mir und der Nurse. Sag was, ich hab die Hedge gefunden. Ähm, du weißt... Nein, ich sag nichts. Alter, sie hat's verkackt. Sie hat's verkackt. Nagis, bist du hier? Sie hat's verkackt. Sie hat's verkackt. Sie hat's verkackt. Nagis? Ja, ich bin hier. Ja! Nagel, bist du da am Gen? Nagel. Oh, Mann. Sorry. Die Nurse kommt, glaub ich, hierher, oder? Äh, Kim, wieso stellst du dich genau zu uns? Oh, Mann, ich dachte, ich hab die Nurse abgelenkt und ich wollte zu euch kommen, damit ihr mich heilen könnt, aber... Sie ist eh wieder hinter mir her. Nee, sie läuft hinter mir her oder so. Nee, sie läuft hinter mir her. Ja, deswegen hat sie mich auch grad gehauen. Macht ja Sinn. Ja, die hat den Generator nicht zertreten. Die sucht dich, pass auf. Die hat, die hat Nurse Calling. Natürlich hat sie Nurse Calling, das ist Nurse. Ich glaub, die hat geflüstert, weil ich hab nicht gerade... also, die hat schon dahin geguckt, als ich mich noch nicht geheilt hab. Ich bin gleich voll gehielt. Ja, und ich siege. Wenn die mich jetzt aufhebt, rast ich aus, ne? Ich rast aus, Anka. Ja, was macht die bitte? Lass mal hier den Gen machen. Lass mal hier den Gen machen. Mama, die hebt mich auf. Die hebt mich auf, die Nutte. Warte mal, wo ist denn hier ein Gen? Ist sie in dem Haus ein Gen? Ah, ja. Alter, ich lenke sie drei Millionen Jahre ab. Dann fickt die dich. Und dann fickt sie mich und sie hebt mich auf, nicht dich. Ja. Ich halte das für fair. Mhm. Ey, Nagel, wenn du da fertig bist mit der Kiste, ich bin hier in dieser Hütte drin. Ähm, mach den... ach so. Alter, die macht ja nicht zwei Teleports. Warte, ich kenn mich eigentlich ab. Oh, scheiße, das war behindert von mir. Äh, dein Ernst? Alter, die ist ja krass. Die ist überhaupt nicht krass, Mann. Hey, die hat mich immer be... ich konnte nicht mal ansatzweise ausweichen. Echt? Die hat bei mir zweimal oder dreimal daneben gehauen. Hey, bei mir aber auch nicht. Aber ich kann ja überhaupt nicht ausweichen. Ja, das ist... Die ist jetzt bei mir. Ist jemand bei dir in der Nähe? Ja, ich bin in der Nähe. Ich hänge sie gleich ab. Okay, warum verpissst sich der Rindler? Die sind bei der Scheune. Ach, scheiße, danke für die Info. Weißt du das nicht mit den... durch die Herzpumpen? Ja, doch, aber in dem Moment, wo du's gesagt hast, kam das erst. Alter! Kim, die ist krass! Halt die Fresse! Nein! Doch! What the fuck? Ich hab die doch drei Millionen Jahre abgelenkt. Hä, die ist aber krass. Die... Ich bin aber auch krass, weil ich nämlich einfach mal die Strike gemacht hab. Boah, du krasser Boy. Nützt aber nix, weil sie krass ist. Nützt aber nix, weil ich glaub ich pack's bis dahin nicht, pack's nicht. Die kommt genau auf euch zu. Ich hab da mal jetzt so'n Jen gemacht. Ja. Ich muss mal langsam jemanden abhängen von euch. Ich möchte jetzt mal abhängen. Ja, ich hab aber auch noch niemanden abgehangen. Ja, du kannst mich schlecht selber abhängen. Ja, doch. Mach ich jetzt. Lull. Oh nein, die hat mich gesehen, oder? Da ist jemand im Schrank drin, neben mir. Das ist der Random, glaub ich. Oder? Ja. Hoffentlich nicht. Doch. Doch, das ist der Random. Nein, Alter, ich fick den! Alter! Alter! Der farbt uns alle ab, ich schwöre! Oh nein. Das ist ja ein Huyu. Alter, ich fick den und seine Familie. Geil. Oh, der wird jetzt erstmal schön gefickt. Ja, Mann, ich häng den ab. Nee. Dann werden wir dann sehen, Kim. Doch, um meine Ehre wiederherzustellen. Bist du das hier am Jenen, oder ist das Nagis? Ja, nee, das bin ich. Ah ja. Siehst du nicht mein blutiges Gesicht? Ah ja, stimmt. Dann bist das natürlich du. Oder, Nagis, hast du Meg auch schon Prestige? Nee. Ich hab außerdem auch... Ja, das war jetzt noch nötig, Kim, ne? Doch mal schön reinzuscheißen, damit er... Ja, damit der extra zu dir geht, damit ich den in Ruhe abhängen kann. Ja, ich hing aber schon mal. Ja, ich auch. Das Leben ist nicht fair. Du bist nicht fair. Alter, wer, du stirbst jetzt, du kleiner Pisser, Mann, da krieg ich einen Punkt abgezogen. Nein. Nein. Ja, okay, gut. Komm mal wieder zu dem Jenen, Kim. Ja, ich helfe gerade... Achso. Ich helfe gerade dem Typen, damit der nicht... Ja, ja, weißt du, du belohnst den auch noch, weil der uns immer abfarmt. Hm. Ich schätze nur mich selber, weil ich keinen Bock auf eine Minuspunkte habe. Oh, fuck. Okay, sie hat es schon wieder verkackt, mich zu schlagen. Was habt ihr denn? Ich hab keinen Bock auf mich. Scheiße, ich hab noch niemanden abgehängt oder irgendjemandem wirklich geholfen. Ich glaub, du kannst mich gleich abhängen. Ja. Wenn ihr mich findet. Ja, komm, Kim, lass dich mal abfahren. Ja, sie hat schon wieder daneben geschlagen. Oh. Ja, jetzt aber hinter mir her. Kim, nimm Hit. Wie? Ich bin... Ja, komm, hier, du hinkst noch nicht. Du hinkst aber noch nicht. Bitch, Adrenalin hat mich gerettet. Ja, du hinkst aber noch nicht. Doch, ich hing schon. Echt? Alter, komm, die fickt mich doch jetzt eh. Die will mich. She wants my butt. Komm nicht zurück, komm nicht zurück, komm nicht zurück. Ich weiß ja nicht, warum du es dir gehst. Ich hab schon gedacht, du kommst zurück. Ja, er hat schon wieder daneben geschlagen. Sie hat umgedreht, sie hat umgedreht. Hätt sie dich mal lieber aufgehangen. Sie ist mega greedy. Ja, du dumme Bitch, alter. Ja, ja, die... Man hat drauf geachtet, wo die Ausgangstor... Kim, die ist ja... Die ist ja nicht gut, nee. Kein Plan, was sie gehabt haben. Ey, warum ist die jetzt hinter mir her? Ja, weil sie greedy ist. Die möchte nicht nur einen, sie möchte jetzt alle legen und dann... Ich mach mal das... Komm mal zu mir. Jonas. Wo bist du denn? Ich mach das Tor auf. Ja, ich komm hier aber nicht raus, wirklich, weil hier... Ich bin da schon in der Liga. Du musst da aber raus, weil da ist das Basement, oder? Nein, da ist das Basement nicht, nee. Okay, also ich hab das Tor auf. Ja, ich krabbel raus. Oh, fuck, die Nurse ist hier, Mann. Ich mach auch mein Ausgangstor. Okay, also ich heil dich jetzt und dann hast du ja gesehen, wo ich sie aufgemacht habe, ne? Ja, das wird aber kein Pip für mich schon wieder. Wenn du rauskommst, vielleicht. Achtung, sie ist hinter dir. Nimm mit. Ja, dann komm doch mal. Ich bin doch da. Hä? Bist du an mir vorbeigelaufen? Vielleicht. Hey, warte, ich versteck mich hier. Ich versuch auch mal, ob da Taschenlampe mal was... Oh, ich bin immer zu spät. Okay, lass aber trotzdem hit taken. Ja, okay, nochmal. Hab Hälfte. Das bringt leider nix. Scheiße, ich stehe am Ausgangstor. Ich bin mal ganz weit weg gelaufen. Ich heil mich erst mal und dann... Ja, Nargis ist halt nicht so schlau, in den Ausgang reinzulaufen. Jetzt bekämpft die mich halt. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, die... Du packst es bestimmt noch. Was denn? Ja, rauszustruggeln. Hä, was? Ich hab gesagt Hälfte und da hängen die schon... Da hängen die schon fast am Haken. Ich bin jetzt geheilt, ich komm. Wer hat die... Ich glaub, die hat Geschwister. Egal, ich häng dich... Ich bin ja schon... Unerbittlich und... Ich hab dir krankenschläge. Okay. Fuck. Tut mir leid, ich hab's versucht. Naja, ist immer wieder als einziger nicht rausgekommen. Der Aufnehmende, ja lol. Ja, aber für mich gab's zum Beispiel auch einen Minuspunkt jetzt. Das, ähm... War ein unsaved... Hoff... Äh, unhoff... Ja, aber der hat... Die hat ja auch gekämmt, ey, die dumme Bitch. Ja, aber ich hab trotzdem gerade noch so einen Pit. Ja, ich hab wahrscheinlich nicht mal einen Save-Pip. Äh, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt wieder Rang 20 bin, Alter, dann... Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll mit mir und dem Spiel. Ganz ehrlich. Ich weiß es einfach nicht. Was... Was soll das? Wollen wir mal gucken. Ja, ich bin Rang... Oh, ich bin gerade noch so Rang 19, aber ich hab keinen Pip mehr auf Rang 19. Nein, ich bin Rang 20 jetzt. Stimmt, ja. Geil. Ja, stimmt. Ich hab ja... Ich hab ja nichts gemacht. Ich hab ja doch nie das Spiel gespielt. Ich bin ja quasi Anfänger. Ich hab ja quasi noch nichts gemacht. Also Rang 20 ist ja gerechtfertigt. So, Leute. Wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht. So, da sind wir wieder. Es hat mal wieder nur ein bisschen gedauert, bis wir eine neue Runde gefunden haben. Aber jetzt sind wir da. Oh, yes. So. Oh, da hinten ist ein Totem. Aber das ist nicht verflucht. Ähm, es ist Hex-Green. Echt? Oh mein Gott, Michael stalkt mich die ganze Zeit! Findest du doch geil. Ja, eigentlich schon. Das war gerade trotzdem leicht gruselig, weil ich dachte, er wäre so eine IQ. Das ist nur grünes Hex-Ruin. Oh, er kommt! Er kommt! Nein, das ist lilanes. Hä? Ich hab's nicht. Oh Gott, ich träge. Ich kann nichts machen. Sag es, ich hab das Hex-Ruin aber nicht. Das ist nur für einen Spieler. Bei mir ist lila drauf. Nee, Mann, der kriegt mich gleich, Alter. Fick dich. Geh mal nicht zum Jen. Der geht eh zum Jen. Oh mein Gott, der hat schon fertig gestalkt, Mann. Michael wird uns penetrieren. Was ich nicht schlecht finde? Wo ist der? Natürlich. Danke, Kim, dass du den zum Jen geführt hast. Oh scheiße, what the fuck? Alter, was hier? Ja. Vorher nicht zu können kann ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, dass du da warst. Wer ist, gell? Ah, bei Nagis wird zuerst aufgehangen. So verdient. Obwohl, nee, eigentlich hätte Kim verdient gehabt, aufgehangen zu werden. Dankeschön. Dann werde ich dir nicht den Arsch retten. Schaffst du sowieso nicht. Ich dachte, der wäre da hinten. Warum ist der hier wieder? Weil es ein krasser Michael ist. Ist das dein Ernst? Bist du eigentlich komplett behindert? Das ist mein Ernst. Alter, what the fuck? Hey, also wenn du so scheiße sterben willst, bitte. Warum denn? Es war doch gut. Geh zu diesem, geh zu dem, ähm, bleib da. Weißt du, der hat mich jetzt aufgehangen. Du bist frei. Alles ist gut. Ja, aber du hängst. Ja, und? Ich wäre, hätte ich nicht die Strike gehabt, hätte ich so oder so gehabt. Na toll, ich wollte dich fertig heilen. Du hättest dich auch fertig heilen lassen können. Ich hätte dich, äh... Ja, aber... Was macht das für ein Sinn? Ich weiß schon, hey. Oh, wow. Nagel struggelt jetzt schon. Fuck. Ja, man hätte sie auch, ähm, ein bisschen... Oh, fuck. Ich kann nicht strugglen. Na, super. Okay, die Runde ist verloren. Oh, man. Hä, wieso konntest du nicht strugglen? Keine Ahnung. Dummes Scheißspiel, ey. Sorry, ne? Ich hab gedacht, das wäre ein cooler Plan von mir, aber... Hä, aber ich... Wieso hat der euch eigentlich direkt gefunden? Ganz ehrlich. Da hat der Barbecue und Chili gehabt. Boah, tritt doch einfach das Totem um, ey. Ganz ehrlich. Es ist echt nicht normal. Ich glaube, wer sie möchte. Oh, nein, fuck. Fuck, fast. Hätte ich nochmals Killer-Stun gemacht. Oh, ich... Mann, ich weiß nicht. Hoffentlich wird das wieder rausgepatcht, auch mit der Palette, ey. Ganz ehrlich. Kommt der zu mir? Ja, der hat Barbecue und Chili. Dazu muss ich aber auch mal sagen, dass ich die Map am Behindertsten finde. Und von der ganzen Autohaven. Alter. Alter, ihr Muschis. Hallo. Okay, ich geh mal zu dir. Ja, wäre nicht schlecht, weil ich irgendwie immer die einzige bin von uns, die beim ersten Mal hin struggeln muss. Naja, ja. Oh, der Random wurde gestalkt. Schaffe ich noch, schaffe ich noch, schaffe ich noch. Easy. Schimmel. Vielleicht wird die Runde doch noch was. Nein. Ich weiß nicht, der Random hängt jetzt auch erst das erste Mal, aber wir müssen gleich wegrennen. Aufteilen. Jeder für sich. Ja, so ungefähr. Achso, Marcel, wir sind übrigens gerade auf YouTube. Nett, dass du jetzt hier wieder rassistische Sachen sagst und so wie immer. Hast du einen Copy Strike gekriegt, oder was? Nein, bist jetzt so nett. Ich geh mal zum Random. Ja, mach das. Ich glaube, ich muss das Spiel echt mehr Stealthy spielen. Ich bin manchmal zu offen unterwegs, glaube ich. Ach. So, Paletten-Wasterig. Ja, auch das. Hey, Alter, bleib doch stehen, Junge. Ich kann dich doch heilen. Genau, Junge. Hey, ne, oh, lol, der ist hier. Oh, fuck. Oh, nein. Hey, der will aber mich nicht. Hey, war ich schon am strugglen? Nee, ich hing auch erst einmal, gell? Ja. Boah, das mit Nagels war halt echt voll dumm, ey. Immerhin noch eine Killerbetäubung rausgeholt und hier ist der Haken kaputt, als er habe ich eine Chance, mich frei zu wiggeln. Machst du einen Jen? Ja. Der ist zur Hälfte fertig. Oh, nein, ich komme ins Basement, oder? Scheiße, ich hätte es fast gepackt, mich frei zu wiggeln. Geht er zu mir, an Jen? Ähm, ja, ich glaube schon. Ist der Random zu dir auf dem Weg? Ja. Ja, klar, Alter. Wie lange hat der denn gebraucht, um zum Jen zu kommen? Hat der irgendwie verzögert, oder was, er stalkt? Wieso hat der mich verloren? Weil er behindert ist? Oh shit, jetzt habe ich voll Kacke gebaut. Ach, Mann! Man bleibt überall immer hängen! Achtung, der ist genau neben euch. Ich schmerz. Aber da geht Barbecue und Chili nicht, ne? Nee. Wenn das noch so nah ist. Oder geht das eigentlich immer? Nö. Nö. Du musst irgendwie 30, mindestens ein paar in 30 Meter. Ja, das ist doch gut eigentlich, wenn man dann so nah wie möglich dran ist. Hier ist es ja auch. Ist ja auch der Counter dafür. Oh, oh, der kommt, soll ich dich fertig halten? Oh fuck, Ren. Oh nein, ich bin tot, dann. Aber es sind für beide. Ich schaff's noch, mich zu heilen, mich selbst pflege. Oh, der kommt zu dir. Komm mal nicht zu mir, der random will mich heilen. Ja, stopp dich. Oh, oh. Ja, ich bin jetzt tot. Hibt er dich auf? Ja, ja. Aber es sollte ein Save-Pip sein. Ich denk' auch. Mann, aber bis jetzt keine guten Runden von uns. Ich hab ne gute Räume. Ja, wenn Marcel dabei ist, dann geht's wieder. Noch ne Killer-Betäubung. Ich carry euch. Ja, Marcel carry durch. Ah, wow. Ja, jetzt bekomm ich sogar fast nen Pip, obwohl ich nicht mal entkommen bin. Ganz ehrlich. Ey, entkommen ist einfach überhaupt nix mehr wert. Jetzt mal ohne Scheiß. Noch ne Killer-Betäubung. Hä, aber Kim, jetzt mal ohne Scheiß. Das Ziel ist es doch, als Überlebender zu entkommen. Wieso ist es da nix mehr wert? Ich versteh das einfach nicht, diese Logik dahinter. Ja, kürzen. Ja, das war jetzt die störste Aktion der Welt. Ich dachte, der wäre schon viel... Ach man, kacke. Nagis kann schon wieder nicht abwarten, lädt schon wieder ein. Alter, was ne schwule Scheiße. Nichts gegen Schule. Aber es war ne Schwule, Scheiße, Mann. Ja, vor allen Dingen mit Nagis am Anfang. Das war das Dümmste, was ich auch schon wieder seit langem getan hab, ey. Kann halt auch nicht. Hat ja wieder jemanden abgefahren. Ich hab mich aber geopfert. Jonas, der Farmer. Ja, ich bin Farmer. Ja, merken wir an deinen Videos. Ja. Ich spiel ja immer LS17 hier und so. Bin ich halt für Farmer. Bist ein kleiner Bob und meldst Kühe. Oh nein, ich hätte das hassen können. Oh Mann. Okay, dem Random müssen wir nicht nochmal zuschauen. So, also. Dann. Nagis hat schon einget... Nagis ist eigentlich tot, oder? Ja, ne, die ist, glaub ich, ein bisschen angepisst. Wegen dir, ja. Ja, schon wieder. So wie immer halt. Ja gut, Leute. Ich denke, da ist fast ein Trick drauf. Man sieht sich. So, willkommen zurück nach einer halben Stunde vergeblicher Suche nach einem Killer. Haben wir es jetzt mal wieder hier geschafft. Marcel ist diesmal auch dabei. Schwein. Ich hab keinen Bock, wenn ihr mich gleich wieder erschreckt und ich hier rumschrei. Oh Mann. Nagis, was soll das denn? Nagel. Mann, Nagel. Die ist bei mir in der Nähe. Ich weiß noch nicht wo, aber sie ist in der Nähe. Wahrscheinlich gleich voll in die Reihen. Oder auch nicht. Krieg ich die nicht? Also hast du terroratisch? Ich hab terroratisch gehört. Das ist halt witzig, irgendwie, wenn Marcel dabei ist, dann ist immer er der, der verfolgt wird vom Anfang an. Aber wenn nicht, dann bin ich's. Ja, aber ich bin halt einfach gut, ne? Ja, du entkommst halt dem Killer und ich nicht. Ja, aber du scheiße bist. Ja, du hast aber auch 5.000 Stunden im Spiel, so ungefähr. Ach ja, wie viele Stunden hast du? Äh, 90. Warst du erst? Ja. Ich würde den mal sehen. Jetzt werde ich verfolgen. Ist da hinten Jen, Nagis? Mhm. Dann komm ich da auch gleich hin. Aber da ist auch das Schwein. Oh. Hm, Marcel, ja. Ja, warte mal, dann sabotier ich hier lieber einen Haken, wenn hier Marcel in der Nähe ist. Aber läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. Wo ist denn hier ein Haken? Ganz ehrlich. Ah, da. Machen wir den mal weg. Machen wir dich mal weg. Ja, geil. Okay, lass da an. Das mag ich doch, wisst ihr doch. Hm. Nagel und ich sind an nem Jen. Oh, oh. Oh ne Scheiß, Nagis, da hinten steht doch diese Puppe, ne? Hä? Da hinten. Ja, hab ich verloren. Oh, stimmt. Ja, und ist hinter mir her, glaube ich, oder? Nein, das sind nicht einer. Die ist voll dumm. Die bleibt manchmal einfach stehen und guckt sich um in Ruhe, so. Oh, ja, was haben wir denn hier? Es ist bald einer gedauert, das kriegt eher in einem Maulkorb auf, ey. Wetzel, weil die dummische Scheiße ist. Ja, natürlich. Oh, Killers, dann. Die Waste. Ah, ich mein, Killers, dann. Ich wollte gerade sagen, Waste ist hier schon wieder Paletten. Ne, war Killers, dann war nix gewastet. Also, ich respektiert eigentlich keine Paletten, ne? Also, ich hab mal kurz so gezuckt, aber eigentlich respektiert die keine. Respekt, Bruder. Wir machen doch nen Gen. Ich bin auch an einem Gen dran. Ja, Mann, dann haben wir ja schon gleich. Ich geh auch zu nem Gen. Toll, dann hat sie so nötig, legt uns an, wie was Knie, jeder kriegt Maulkorb und dann rückt. Die ist bei mir in der Nähe. Ja, wo bist du? Äh, bei der Busse. Ja, sie haut wieder ab. Wir haben gleich den Gen fertig. Ja, meiner ist gerade angefangen. Bin wieder an dem Gen dran. Ich bin eben bei der Killershack, falls ihr gleich dazukommen wollt. Aber ihr seid irgendwie arschweit weg. Kommt lieber zu mir, zu dem Gen. Das war... Ja, genau, ihr geht in die richtige Richtung. Ja, die ist hier. Hauptsache, weißt du, ich mach den Gen hier. Und die hat nicht mal um den Gen rumgeguckt. Weißt du, die ist total komisch. Die ist nicht mal hier zum Gen gegangen, obwohl die da in der Nähe war. Ja. Wo ist die denn mal? Kein Plan. Bin gleich fertig. Wir auch. Okay. Machst du das Tote? Ich mach den Ausgang auf. Ich mach auch einen Ausgang auf. Und dann mach ich noch einen Haken oder so. Ich guck, ob ich noch eine Kiste aufmachen kann. Vielleicht noch ein gutes Item. Hinter mir her. Wow, das fällt dir früh einmal, jemanden zu verfolgen. Nuggs, lass mich noch mal ein Stück machen. Danke. Ich glaub, ich hab nicht so viele Gents gemacht. Ja, okay. Ich glaub, ich hab wieder verloren. So, wo haben wir denn hier einen Haken? Hier ist die Hedge. Wow. Die geht grad zu dem anderen Ausgang. Ich warte, bis sie wieder vorbei geht. Der Ausgang ist auf, oder? Ja. Ich will nicht, dass die mich trifft. Am Ende hat sie doch noch nöt, ey. Das wär echt sad. Stimmt, wir wissen es nicht. Boah, die latscht als hier. Die ist hinter mir her, ich geh raus. Ich hab nicht gesehen, wo die... Nein, hat sie nicht. Ich hab nicht gesehen, wo die Ausgänge sind. Okay, das ist natürlich schade. Beide, beide neben der Killer-Shack. Gibt es noch was, wenn man einen Haken sabotiert? Ich mach den anderen Ausgang jetzt auf. Die chillt da eh bei dem Ausgang, ey. Ich hab einen Haken sabotiert. Wieder kein Pip. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Das ist nicht normal. Ja, also das ist ja echt sad jetzt. Lass mich die Hälfte machen. Ich habe sabotiert... Oha, dann machst du aber auf. Dafür gibt's die meisten Punkte. Ich habe Haken sabotiert. Ich habe Dingens sabotiert. Wenn es entriegelt, gibt's Punkte. Ja gut, dann mach du den Rest. Nee, nee, nee. Oh, what the fuck? Wieso kommt die hierher? Ich bin am Arsch. Ja, wartet erst mal, wartet erst mal. Ich cap dich eh. Wo bist du denn? Ich komm zu meinem Ausgang. Ich seh dich, seh dich. Ich nehm den Hit. Ich hab echt nicht damit gerechnet, dass die bitte da am Arsch da... Scheiße, ich komm nicht dran. Ja, die schaffst du aber. Ich pack's eh. Okay. Ich pack's. Okay. Alter, wie sie so straight so... Marcel, die Palette... Äh, die Hedge war direkt beim Ausgang. Da, den einen. Da drüben. Ich will aber nicht geschlagen werden. Wo? Da, wo du grad hingeguckt hast. Marcel, die hat doch kein Nöd. Ja, aber trotzdem will ich nicht geschlagen werden. Wie jetzt? Ich hab keinen Pip. Das ist dumm. Wo ist die Hedge? Wo ist die Hedge? Sag mir das doch mal. Ja, da beim Ausgang. Direkt. Ja, hier. Oh, ich weiß, weshalb ich keinen Pip habe. Ja, doch, da. Direkt beim Ausgang. Wenn die jetzt, äh, die rechts... Ich hab keinen Pip bekommen, weil ich am Ende noch geschlagen wurde. Ich hab keinen Pip bekommen wegen Flüchtling, weil ich die jetzt nicht einmal geblieben bin. Ich hab keinen Pip bekommen, weil ich niemanden abgehängt habe. Nee, ich hab keinen, weil ich Flüchtling gar nichts habe, weil ich hab die halt nur gesehen. Ungebrochen habe ich Rubin, also Schillernd. Ja, hab ich auch. Weil wir halt nie geschlagen wurden, aber... Das ist halt dumm. Jens hab ich auch Gold. Ja, Jens hab ich Lichtgestalt, hab ich nur Silber. Und hilfsbereit hab ich auch nur Bronze, obwohl ich, äh, hab ich jemanden gehalten? Was ist denn Jen? Jen ist, äh, Pflichtgestalt. Das Erste. Echt, da hab ich nur Silber. Hä, und wieso hab ich nur Bronze bei Flüchtlingen? Ich bin dem so oft entkommen. Ich habe Haken sabotiert. Und ich wurde nicht einmal geschlagen. Ja, das hat ja mit Flüchtlingen nichts zu tun, ob du einmal geschlagen wurdest du nicht. Alter, die Runde war einfach für den Arsch, weil der Killer... Was soll man denn tun, wenn man dem Killer halt total aus dem Weg geht? Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, ich verstehe. Also, keine Ahnung. Gut, Leute. Das war's mit einer weiteren Folge Dead by Daylight. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.